Hallo zusammen, mein Name ist Alois Müller. Ich bin seit gut vier Jahren Pensionär und begeisterter Keyboardspieler. Im Moment bin ich noch in Grado Italien in Urlaub, aber ich freue mich am 17. September beim Musikhaus Kirstein in Schongau das neue Flaggschiff von Korg, das PA5X, vorstellen zu dürfen. Ich würde mich sehr freuen, euch beim Musikhaus Kirstein bei Musik Connect 2022 persönlich zu treffen, kennenlernen zu dürfen. Den ganzen Tag über ist ausreichend Zeit für interessante Gespräche rund um das Thema Arrangea Keyboards. Also, wir sehen uns!